Der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Vor einem Jahr sterben hier bei der Terrorattacke mit einem Lastwagen zwölf Menschen, weitere 70 werden verletzt. In den folgenden Monaten klagen Angehörige von Opfern und Verletzte über fehlende Anteilnahme, unklare Zuständigkeiten und schleppende Hilfszahlungen. Der frühere SPD-Chef Kurt Beck, der von der Regierung als hinterbliebenen Beauftragter eingesetzt wurde, bestätigt diesen Eindruck. Ich will auch daran erinnern, dass es unmittelbar nach dem Ereignis Erfahrungen gegeben hat, die sich nicht wiederholen dürfen. Beck empfiehlt deshalb die Einrichtung spezieller Anlaufstellen für Terroropfer, höhere Härtefallleistungen für bedürftige Hinterbliebene und eine Neuordnung der Institutionen, die mit den Entschädigungsabläufen betraut sind. Justizminister Heiko Maas erklärt, die Bundesregierung wolle Becks Vorschläge zügig in Gesetzesform gießen. Wir sind uns auch darüber einig, dass wir mehr Geld für Angehörige und Opfer zur Verfügung stellen wollen. Es sind bisher rund zwei Millionen Euro an Leistungen ausgezahlt worden. Und wir sind auch der Auffassung, und da schließen wir uns dem an, was Kurt Beck auch im Rahmen eines internationalen Vergleichs in diesem Bericht dargestellt hat, dass wir die Entschädigungsleistungen erhöhen wollen. Union und SPD haben bereits vor einigen Tagen eine Verbesserung des Opferschutzes angekündigt. Und wir sind auch der Auffassung, und wir sind auch der Auffassung, die wir uns auch der Auffassung haben,